Was ist die beste Übung, die du ohne Gewicht machen kannst und die eigentlich jeder machen können sollte? Krabbeln. Versuchst du möglichst geschmeidig zu krabbeln und die Knie lässt du immer so ein kleines Stück über dem Boden, dass die da schweben bleiben. Du wirst feststellen, du wirst dich sehr viel hier über Kreuz stabilisieren müssen und wenn du mit den Knien so tief bleibst, wird das in der Regel dazu führen, dass auch einen schönen geraden Rücken bewahren kannst. Und je geschmeidiger du in dieser Position krabbeln kannst, desto anstrengender ist das, desto mehr nimmst du davon mit. Also Geschwindigkeit ist jetzt nicht unbedingt besser oder mehr Strecke oder sowas. Und das ist wirklich eine wahnsinnig top Übung, die eigentlich jeder machen kann ohne Equipment und die einen sehr, sehr guten Übertrag auf die Gesundheit hat.